und gibt es ja eigentlich hier so noch und auch diese sachen kaufen von den leuten das kind oder irgendwie sowas versucht euer glück nach dass hier so weit die obolus nämlich an pvb währung extra valente reibt hier rüstung man kann sich jetzt zeug für ein pferd hier so eine fahne kann man sich hier holen für sein pferd im spiel und noch wissen wir mal so wie man solche dinger bekommt okay wir machen ja was auch immer hier ist wir leuchten anscheinend wenn man kaputt dann kriegen wir fünf dinger glaube ich er ist nicht da machen wir jetzt schauen wir uns mal so um wir haben irgendwie in so einem pvp-reignis haben wir noch viel gemacht was wollt ihr denn ich bin da geht mir sagen dass das hat es das hat es 900 schon okay wir kosten und also tausend irgendwie hat aber es hat hier alter der extrahierung stimmt da war irgendwie was entschuldigung wir versuchen ja gerade zu beten ich muss warten wenn wir einfach machen die herausforderung wird hier irgendwie nicht der winger zum bestimmten punkt das leben von wem da was ich mal kurz erbeten war noch wenn ihr in den ring verlass wird das ist mal abgeworfen nein ich kann mich nicht mehr bewegen der schwere hat uns geduldet nein wir haben unsere links verloren unsere unsere pvp dinger ja nein schafft also wenn man so ein alltag wird dann markiert man sich irgendwie so als pvp oder ich nehme ich mal ja okay irgendwie sind meine sachen nicht kaputt wo ich mich wieder habe lebt habe so 29 vermächliches schwert legendär das muss ich mir merken dann beschissen den effekt drin aber warum liegt mir ein toter ist er hat gekriegt oder was ja aber vor allem bei so normalen gegner irgendwann gerade okay dann muss ja gleich wieder erst mal besser ein effekt oder irgendwie sowas haben okay vielleicht hat mir diesen altar nicht aktivieren daher kann man machen wie so ein ereignis aber wenn ihr noch für den level war denn wer der uns gerade ehrlich hat ist keine ahnung so so wie er hat auch hier schon wieder spieler eine vielleicht gesehen hat ein spiel aber wir beide tot waren dabei machen ein stück das war warum so viel schaden aber ich halte mich hier die ganze zeit immer wieder hoch ich bin ich gerade am hoch ein dann kommt er schon wieder und wenn man hier stirbt dann verliert man seine ganzen sagen wie da wie soll man denn dann die dinger kaufen was was ja ich war noch am kämpfen nicht wenn wir da ein vielleicht noch was ich bin das so weiter geht ich meine sagen wir noch ja damit meine ich erwähne jetzt irgendwas damit kaufen mann da mein gott mal ist ja auch nicht ja wie schaffst du es ja wie ganz das überleben ein blöder tränke haben eine abgabe deswegen weil ich die ganze zeit ich muss man ja wunderbar ich mich nicht heile ob ich die ganze blöde allein drücke ja ich bin noch nicht nicht da ist wieder eine mittel angegangen hat sich wieder belebt geheilt meine ich muss man kann ich mal mit dem aufwärts konnte gar nicht anzugreifen das kann ich hier nicht tun kavallerie ich muss machen da kommt dann nicht gleich drauf ich kann doch nirgendwo hin hier sind witzig weil ich kann mich denn nicht mehr nicht ich auch nicht ganz angreifen nein sagen das hat mir natürlich hat er mich noch damit so viele sagen das hast du mir gleich wieder alle verlieren ich habe ich wieder behebt er zum glück hatten die keine weiß ich nicht dann effekte ich habe die bin die zeit nur durch die gegend garante und hab zentakel eingesetzt und geschossen ich muss warten sind immer so kurz vorm verrecken so ist das hier und ein voll truhe dann denke ich werde ich als fein markiert werden dann gehen die leute wieder auf mich los wahrscheinlich jetzt da immer da ist ein schlag weg gewischt merke nicht den alltag die wir sonst haben uns die leute wieder kaputt er ist hier mit oder irgendwas mit was wir interagieren können das ist schon wieder so eine spure ich muss warten wir legen die ersten krassen aber noch heilig nein und reagiert ich bin ich dachte ich könnte ja treffen die gegner wir sind aber so ohne irgendwann ist ja auf der karte hat sich die ganze zeit bewegt ich bin noch nicht wir uns grausige gamen und ein samen des hauses ja natürlich ich muss das normalen gegner jetzt da kommt er hier auf den rauch freschen ich bin noch nicht und ab in der schwächkeit nein denn alles fallen gelassen ich habe 7300 lasse ich mal kurz wieder stadt zurückgehen damit ich hier ausgeben kann falls wir wieder verlieren 1200 nicht so viel ich weiß nicht warum wir so viel hast du die ganze zeit einsamen nicht einsam doch weil wir verschwinden die wenn ich die einsame für dich ja irgendwie schon ja das ist kompetitiv damit kenne ich mich doch nicht aus ich bin nur ein ich spieler da oder lass ich dich ein paar für dich übrig naja ist weg ja schon wieder so einer mit der barriere hier ist ein schrank von lille dann hier hier meiner paragon paragon hier sind ganz viele gegner äh ich muss warten er sind blöd und ich bin tot nein geht weg gehen wir vielleicht ein zwei minuten ich bin gerade zur stadt zurück meine punkte wenigstens will man ausgeben bevor ich die schon wieder von hier die folgende bis zur stadt hinweg weg das bitte dinge erstmal ausgehen durch die schon wieder verliere ich baue 30.000 nicht 7000 verdammt das muss ja noch viel mehr sammeln ich kann doch jede sekunde ja verrecken ich habe doch ein fertig das vergessen boah ja das heißt da eine dinge die jetzt noch verloren hast so paragon punkt heilung durch tränke ja warum nicht ja könnte vielleicht nicht schlecht sein ok ja woanders das ging diese barriere typen ich bin auch vorhin auch eine andere barriere typen vorbeigelaufen gerade von 30.000 punkte damit irgendwie irgendwas holen kann ich bin tot aber dieser cooldown für die ich denke nicht fertig das leben von wehen ja ich weiß es nicht das kommt von alleine erhöhtes leben von wehen kein trank mehr ich bin auch nicht bereit also für der tränke so wird haben wir noch hier und das irgendwie boss nehme ich habe keine ahnung aber da schon wieder am bach war da oben und da drin und das ist toll da drin echt ich bin da drin da drin und da sind weg und da gab mein torstoß so einpacken weil da waren sie schon weg da habe ich nicht in die laba einschätzen kann das wäre auch voll cool so bist du in die laba in die laba einschätzen kann ich mache den gegnern ja schaden wenn ich dir irgendwie irgendwie über tramme dem ding ein spiel hat irgendwas gewonnen wir gehen und machen alle ich bin noch nicht stilverlangen das war aber noch mein gott nur mit einem jahr weg weißes vermagte schwer cool sollte man hier für eine qual mit den türmen hinterher weg der knell ich ich will auch hier ein zwei waffer ehrlich genau so mein kreis ich schütze euch einfach mal kreis wir achten schrauben und anfang okay das eine mein ding ist fertig dann nenne ich schon wieder schon wieder genauer gleiche typ sein namen mit dem blitzen erwartet der waffe und der waffe ich bin auch nicht deswegen aber wie zu schießen werde ich in den kreis drin steht naja der ist auch ich das war die vorliegenden gegner getöten ich nehme an diese tränke abgängst hat es hier mit die spieler sich hier tränke sparen können wir einfach kehren können oder irgendwie so was ich muss warten dann gibt es ja niemand mehr erkennt 700 3000 3000 alter ich weiß nicht ich kenne nicht so viel wie du das war ich bin noch nicht bereit okay wenn ich ein ding einsam und ich will dich einsam man kann man nicht irgendwo einlager nur so für mich jetzt vor paranoid mit diesen ding an das mein finger davon schon wieder so ein ritual oder so sind gerade erst gespawnt bros ich bin noch nicht bereit ja ach 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 ich bin noch nicht bereit die ganzen busse die wir eigentlich erledigen soll ich muss die anderen spiel die alle weg oder wir wollen doch nur keine ahnung unserem baum zufrieden steigt schon wieder so anbruchstücken wir sind tot ich habe da so ein rassel schüttler ich muss was war kein waffen war kein waffen war kein waffen das video gesehen von dort ist es freu denn auch irgendwie so ein cosplay hier von diesen kleinen mädchen der noch irgendwie so ein cosplay von diesen kleinen mädchen auf zwei family gemacht ich glaube ich komme in korn garante müssen aus dem weg ich bin der rassel schüttler ist der typ hier mit der barriere ich habe jetzt 10.000 da muss man ja leute kaputt haben genug punkte ich bin noch nicht ich weiß nicht warum ich hier an die gegner vorbei laufe statt ich weiß nicht was ich mache ich renne einfach nur im kreis und schon gar die ganzen gegner ja komme ich nicht entscheiden ob ich kämpfen wollte ich muss warten schadens wieder schon da so wo ich gehe da rein ich muss machen nein wo bist du in dem haufen ja ach so da lasst mich durch ich will für ein chef erledigen für einen geschäftsführer sprechen ich bin noch nicht ja wenn ich mal in dem jahr dann kommen ich bin noch nicht bereit nein da wollte ich mir einsam ich habe deinen samen eingesammelt das heißt das meine ich natürlich warum sind wir am brennen ja ich kann ich nicht wieder leben bei der ganzen weil überall deinen samen verschüttet hat ich habe eine rede über meinen namen falsch gesagt muss nicht von maturiert meine sekunde wir schon wieder seine rasse was wir hier an da meine 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 das war auch deine rasse zu schütteln und du auch und ganz doll die liegen ja noch ich weiß den zurückgestoßen habe war war ja irgendwann habe ich gerade bekommen ist das nicht vermächtig ist nein uhr war neues kind was das hier ist er ja paus maul dafür sind wir eigentlich ja nur hierhin gekommen für dings ne verdammte gaben hier für den baum ich gebe jetzt meine dinger hier für irgendwas aus oder so ich bin noch nicht bereit doch ja noch ewig fertig sind ja billig was man hier holen kann es für 30.000 aber dort ja noch ewig dann ich muss warten ja hier kann man hier kann man auch vor ort ausgeben da unten steht ich habe nur tausend dabei wo er oben steht pvp das ist wahrhaftig gewogen freund oder nicht ja bei mir steht auch noch fühle ich vorher hatte aber neues waffendesign her damit sowieso noch heilig ich will euch mal anschauen war neue stiefel design ich darf jetzt nur nicht die waffe auseinander nehmen ich kann aber kommen ab wie besser war ja auch eine höllenflut ist ja da kriegen wir ja warte mal gibt man keine grausigen gaben von ja nur genug dinger vor dem baum haben wir können wir dann schon eingehen die haben nicht die anderen deutschen sind versprecher bekommen aber die stimme von partner ist die deutsche ja 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 da sind die anderen ja alle tot wer weiß das schon wer weiß das schon manche aber machen als nächstes aktual im gange 31 sekunden da ist irgendwie spieler man meinen sonst immer grausige gaben hergeholt diese dungeons hier einige dungeons haben wir so grausige gaben ich guck gerade noch irgendeine irgendeine die nicht in zehn minuten oder so abläufe das schaffen wir sowieso nicht auf weltboss aber in einer blut hat schafft man immer ich schaffe da bist du sicher ja du kürzlich teleportiert sich schon wieder zu mir hin ich weiß nicht wovon du redest okay machen ob ich das schaffe also funktioniert hat hier überhaupt nicht nicht so lange ich in der stadt bin ich bin auf dem weg bis nicht schnell genug da region sein was weiß das schon wieder ja weil im pvb bereich ist wahrscheinlich nicht ich bin eigentlich wieder schön ganz woanders die aktien ab glaube ich da ist gar kein weltboss irgendwie so ich bin ja nur am schlau gerade also ja ja da zeigen dass leute wie stark ja wir sind ganz alle voll neunzig spieler naja ja wenn die gegner bestimmt nicht sagen wir sind immer wir sind immer stärker die leute ich habe auch gebraucht worden aber er ist nicht gesprungen man geht davon einen leuten auf mich los das war gar nicht was ihr abgeht man neue religion hinter schlacht bei ich bin noch nicht aber jetzt denke ich habe den zeit wieder oder auswandlung tiefe wunde ist beinahe erreicht ja jetzt na lang ok eine schalte hat sich angekommen bin das genau eingegangen wo ich meine markierung gesetzt hat ich bin auch nicht bereit wir geben wir geben wir sollte irgendwie so eine option geben dass man irgendwie weil nicht so in der gruppe allein spielen kann mit so vielen spielern weil es ja klar gewinnen mit so vielen spielern er sie mit dem anfang wenn wir die grotten schlecht sind dann spielen die carry und die sind auch level 71 wir haben so eine wand aufgestellt die gegner und ich habe hier aber gegen die banke ich bin noch nicht tiefe wunde wird innerhalb von 15 sekunden flotter chaos bei nacht als titel nachdem noch mal er hat mich gewollt schattet wo ist er und ist auch da bist du der brot der hat mich gewandt würde ich zu der figur die kaputt machen aber das hat nichts gebracht gern ehrlich der typ ist nicht um die siegbar dann stellen wir aber mehrere leute sich gerade okay was ich war aber gut gemacht team voller energie hat der boss ja 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 schon wieder die weil das gar nicht jemand hochgelebt ich habe das gesehen hat den zwei wasser auf einmal da war ich noch mal weg war auch voller energie ja Ja, da habe ich auch gehabt. Ich bin noch nicht in der Reihe. Das geht noch bei ihr, oder? exquisites blut verbrauchen den zuckertüten wir sind ja schon fertig gurgelner kopf ok wird im sitz des wahren auf den verdunkelen weg in den zu spielern gibt für meinen mächtigen gegner zu beschweren ich glaube es hat sogar verbrauchen ich hab was für ein pferd mal gekriegt doch cool ich bin noch nicht so glaub ich aktivieren damit hat aktiviert wird meine taschen sind voll so für eine grausige gabe ist mich auch nahm nehmen na gut danke das weiß ich zu ich gehe schon mal zu dem in dem typen man ich meine das ist etwas verbrauchen aber ich gehe mal nachgucken ich muss mal was er versucht mit mir zu kommunizieren der spieler ja der sagt die ganze hallo und grüße er flirtet mit mir dann wieder will mich dir wegnehmen und sag ihm was du davon hältst und sag ihnen das so dass es dir nicht gefällt dass er mit der flotte ich war und so ihr habt da ist aber verbrauchen großhaften erz exquisits blut so ist das dann aber nicht der dunkelten weg in den zersplitterten gibt es denn dann ein verdunkelter weh und zersplitterten gipfel wieder was anderes hier geht man die ganzen gaben er braucht gleich auch mal abschicken was auch immer ist ich finde da der verdunkelte weg neu markiert kann man gleich mal abschicken hast du denn da ja ich habe ja so blut bekommen das steht irgendwie so weiter steht irgendwie wird im sitz der ohran auf dem verdunkelten weg in zersplitterten gipfel verhindert um einen mächtigen gegner zu beschwören ja ich habe ich habe da mal auf der karte markiert können wir gleich mal abchecken aber ich warte hier bei dem unserem nachbarn ja gerade bei dem baum auf dass er uns wieder geiles lot gibt hoffentlich da muss ich gleich mal jetzt ist seine lanze doch schwert und ich glaube gleich mal ausrüsten plus 329 schaden muss ich meine basisfähigkeit schon wieder reinpacken sprung in eiskraft für deine sachen ja ich habe einfach ich habe hier verschiedene waffen die wahrscheinlich ist im besten fall hier plus 40 oder so irgendwas neues kriege also nicht wenn ich nehme an für mich ist angst kraft irgendwie ein bisschen wichtiger oder so ja ich bin ja bei dem nachbarn ich bin schon in der land schon drin hier ich stehe von dem typen stehe schon von dem altar wer macht hast du überhaupt so ein ding so ein herz mir fehlt ein bursachtes herz also ich habe eins also ich nicht also kann ich aktivieren weiß nicht wo ich das ich nehme an ich habe da da kommen ok aber gucken wie stark ist machen wir bekommen dann wirklich was ist gerade passiert schuldiger was mir kann er das wagen da muss man jetzt hat den wir aktivieren direkt oder ist ja noch klar warte das ist mal diesen triforce ist da ausweichen ich muss warten das wird nicht sagen ich sehe das schon okay es hat ja ein schild ich muss ach naja du stück ja schon wieder ein schönes warum das nämlich schaden ich habe 75 ja wir machen ja den wir ja kein schaden wieder nach hause nein wo kriegen wir in ein gutes lot her ab nach kloba stadt wo sowieso aufs klo